hallo leute ich bin manuel und willkommen zu einer weiteren folge von med island ja unsere schöne juna tanzt hier ich habe hier ein radios den angriffs radios und lauf radios verkürzt denn die verschwinden hier jetzt will ich euch mal zeigen was ich auf screen gebaut habe in den holzhaus ist jetzt küche hier ist der riesen lagerraum also havers box eigentlich und die lagere ich eigentlich die sachen die ich so nicht brauchen ich werde euch gleich zeigen was das eigentlich ist und wie ich das gemacht habe erstmal zum heutiges ziel ich habe danach ausprobiert warum funktioniert eigentlich bei mir die sachen nicht mit dem begrüßen vergrößern unsere store dorf es beziehungsweise städtchen ja städtchen kann man das schwer sagen unseren dorf es ist so als allererstes das hier das haben wir jetzt gestern gebaut dann habe ich das hier gebaut dafür brauchte ich food box zweimal woodchats und rob und fabrik habe ich gebaut daraus ist entstanden dieser lager havers box dann habe ich das hier ausprobiert das bauen wir noch mal das ist auch so was wie havers box da ich glaube aber allerdings für bäume da pflanzt man bäume kann ich mich ehren leute wie gesagt ich bin mit englisch nicht so in bilder ich habe nie englisch gelernt für mich ist es eben nicht wichtig gewesen ich habe da in der zeit mehr deutsch gelernt so aber egal jetzt kommen wir zu der sache leute ihr wisst was das bedeutet ich habe sehr lange gebraucht um zu herauszufinden warum zum geier wir keine menschen haben also warum können wir sie nicht heulen also heulen schon aber warum funktioniert das mit mit dem ja mit befreunden und so weiter und so weiter und so weiter ich habe dann geschaut es gibt so einen box also dieser box ist eben für die menschen nach einer zeit werden sie wohl zu uns kommen also das probieren wir jetzt aus normal nicht auf zu tanzen du kannst echt schlafen gehen nein combat combat will ich nicht aber territory will ich dass du schon im bett gehst ne warte combat will ich nicht combat arena nein aber territory du kannst ich glaube ich lass dich einfach hier fertig ist territory wird location das wird hier deine location sein fertig mehr brauchst du nicht zu tun weil wie gesagt es ist so es gibt ein moment wo zum beispiel wenn ich weg bin dann greifen die uns also die gegner uns an und dann in dem moment verliert sie und dann verschwindet sie und dann kann man nur sie zurückrufen wenn man an die flagge geht wo an dem haus ist so wir gehen jetzt erstmal leute wollen ich würde gerne farmer holen als allererstes weil wir haben ja farm also gehen wir mal farm farmer holen ich werde allerdings erstmal dort sauber machen die die wir nicht brauchen werden einfach gekillt und ich muss erst mal mich leveln ich habe die frau ziemlich gut gelevelt allerdings den mann nicht außerdem haben wir dort noch etwas vergessen leute ich habe diesen brief dort vergessen zu nehmen habe gedacht die werden uns nicht angreifen aber die greifen uns an also machen wir heute die ersten gefangenen das habe ich gemeint damit also wenn ich da weg bin dann kommen kommen einfach hier raid wieder und die schaffte seien einfach alleine nicht und dann wird wird es so gemacht dass die gefangen genommen wird und man kann sie zwar zurückrufen allerdings wie gesagt nur mit dieser pfanne ich habe schon gedacht ich habe den mann verloren also so jetzt sind wir schon da ja fast genau komm mal her komm mal rüber so der eine ist da und das nehme ich mal mit dass wir dich brauchen jetzt suchen wir eine die wir zu uns holen aber erstmal töd ich euch so ihr stört den dicken brauche ich nicht die vielleicht aber die steht neben dem hier ich schau noch mal ich nehme mal die das heißt schnell wechseln schnell k.o. hau ein nicht wegwerfen nicht weglaufen so sehr gut die schon mal kauen den rest können wir eigentlich links liegen lassen so du wolltest doch ich lebele ja also es ist nicht dass wir das ganze die nehmen die erstmal und verschwinden lass mich in ruhe er interessiert mich nicht ich komme später wieder wenn wir schon da da sind hole ich mir warte mal ich will dich hier haben wartet mal ich warte 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 die hole ich mir aber auch die andere die lege ich jetzt irgendwo draußen ab komm oh komm komm schon man nein ich habe die drückteilung blöde so aber ich habe ich glaube ich habe die frau ja ich habe sie hole mir die zweite noch mal Rät ist toll, alle Zuppie, alle Studie. Ich hole sie mir noch mal. Also, Fräulein, jetzt ist die da. Und jetzt? Warte mal. Bootcage? Ja. Nee, die ist immer noch K.O. Ich mache folgendes. Ich gebe ihr jetzt ein paar ähm paar Bären und schicke sie jetzt da rein. Ich könnte ihr Fleisch geben, aber das hat sie noch nicht verdient. Da, ich gebe ihr jetzt paar Bären. So. Das können wir wegwerfen. Wir machen aber die ersten Gefangenen. Und ich will noch mal nachschauen, ob so eine Käfig ähm warte mal. Hier. Hast du paar Bären? Und jetzt dann nehme ich dich mal rein da. Bleib schieben da. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir eine Leder Leder Oh, wartet mal. Wenn das Leder heißt, also ja, derjenige, den man ähm hinterher rennt. Ich übersetze es mal. Google ist mein Freund. Dann äh machen wir das. Ja, Führerin, ja. Okay. Wir machen mal. Wir haben ja genug Punkte. Dann will ich einmal wir haben jetzt vier Leute, die wir ähm machen können. Dann werde ich das hier und ich würde gerne das hier machen. Wir haben noch acht Punkte. Das werde ich erst mal so lassen. Vielleicht mache ich mir dann weitere, ähm hier vier Leute in Partie. Level eins. Jawohl. Ähm könnte ich das hier noch machen. Mache ich mir. Fertig. So. Jetzt haben wir zwei. Also jetzt können wir zwei transportieren. Zwei Leute gleichzeitig. Das hätte mir jetzt noch eine Reise erspart, wenn ich das gleich gemacht hätte. Heilung nehme ich mit. Das lasse ich erstmal da. Das lasse ich erstmal da. Steine lasse ich erstmal da. Ich hole mir die zweite Mädchen, die ich wollte. So. Ich wollte mir. Apropos, wenn wir schon da sind. Leute, sorry. Das ich jetzt hin und her renne. Aber warum bist du draußen? Habe ich dir das nicht verboten? So wartet. Ich will jetzt nochmal nochmal schauen. Also da brauchen wir nicht viele Sachen dafür. Um ein Repair Kit zu machen. äh, Schild. Animals Gating. Das würde ich auch gerne mal machen. Aber ich habe da Animals reingemacht. Doch da passiert da nichts. Das ist das Human Cage. Was brauchen wir dafür? Vier. Das machen wir jetzt. Ich brauche sehr viel Humans. Also ich, äh, meine, ja. Ne. Wir versuchen mal. Ob das klappt. Keine Ahnung. Aber die Human Cage machen wir das mal. Die ist ja größer. Also da passen nur zwei Humans rein. Und da passen jetzt viel mehr. Das wollen wir doch haben. Viel mehr. Ja. Vier Leute. Warte. Da ich sowieso, ähm, sowieso alles bauen wollte und euch alles zeigen wollte. Hier ist das Woodgate und hier ist eben das aus Eisen. So, wir gehen noch mal holen. Ne, nicht holen, Leute. Holen klingt denkend wie, ähm, ne, wie soll ich sagen? Nicht gut, ne? Wir laden sie ein. Ja. Gehen und geben die Einladung zu uns zu gehen. Das klingt auch viel äh, viel besser. Viel, viel besser als Holen. Ja. Wir sind doch keine Barbaren. Wir laden Leute ein zu uns. Los, wir können jetzt zwei gleichzeitig transportieren. Das ist gut. Warum habe ich jemanden auf minus 20 Geschwindigkeit? Was ist denn so, so schwer? Hm, keine Ahnung. Ist mir auch egal. solange sie, äh, solange die da rennen. Das hole ich auch mal. Weil wir brauchen Seile und so. Nein, ich wollte doch kein Rock. wie, egal. Das hole ich mal. Die Blätter, das braucht keine Sau. ich weiß nicht, wie lange also wie lange die da brauchen, um dann zu uns zu gehören. Aber jeder bekommt jeder von denen bekommt jetzt Beeren und Fleisch und ich schaue mal, ob die das auch verbrauchen. Ich werde dann schauen. Ich hoffe, die ist noch da, die ich gerne hätte. und ich wollte dieses Blatt haben. Dadurch wollen ja ich brauche also ich hole mal die Büsche weil ich brauche immer entweder Seile oder wollen wir das ganze brauchen. Den brauche ich nicht. Wobei wir können den auch fangen kann auch killen ich habe keine Lust jetzt zu kenten beziehungsweise ich bin kurz vom level komm her du kleiner du kleiner Fledder Maus komm her du Bier du da guck mal dann so schön ne wir haben kein level bekommen wenn wir müssen in der richtung so die sind alle tot ich bräuchte dort nicht alle ich bräuchte eigentlich dort komm hau in eins so das ist Erde braucht keine Sau das hole ich das ist gut naja der eine heilung ist auch nicht die will ich haben du da du da genau komm mal komm mal rüber komm mal rüber dann stört uns keiner haut drauf so ich nehme ich mal mit wenn ich schon da bin hole ich mir gleich mal diesen lass mich in Ruhe blöden hole ich mir diesen genau den hier so den habe ich den nicht geholt so jetzt jetzt lege ich dich auf dem boden und gebe dir erstmal beeren also die grillfleisch favoriten ist eben grillfleisch auch beeren auch karotten aber erstmal beeren ist es so dass zum beispiel was oben ist liebse am liebsten redfish lass mich in ruhe ich kann mich eh nix sagen haben lass mich einfach in ruhe wenn ihr leben wollt ich weiß nicht warum der so stottert man so einer ist tot jetzt du da zwei sind tot fleisch zusammen ich habe aber kein blatt mehr was schmeißen wir weg die blätter davon habe ich damit kann ich mir den arsch abputzen so viel habe ich davon blätter davon kann ich mir ein lied singen das würde wir für die zukunft brauchen und ich mache mir noch eine falle leute ich will noch rabbits haben also wir und irgendwo gibt es auch kühe denn leute wir brauchen bei jedem ding was wir in der küche kochen müssen brauchen wir milch und keine tiere die ich jetzt habe gibt noch milch also habe ich mir gedacht es soll einfach noch eine Kuh geben die habe ich aber noch nicht entdeckt so wir haben jetzt zwei leute eingeladen was ziemlich cool ist so die haben unsere einladung auch angenommen haben gesagt okay wir wollen zu dir es ist jetzt nachts wir müssen schlafen aber die frage ist wie lange wird es dauern bis die zu uns gehört braucht es zeit ich meine schon was ich meine wie viel bis die dann sagt ja okay ich gehe zu eurem dorf ich habe da wirklich nichts nichts sehen können dass da wirklich solche ja für die leute sind es ist das einzige wo die wirklich stehen leute also ich meine wo sie nicht nur rum liegen wenn ich zum beispiel auf den boden schmeiße oder so die liegen dann rum hier ich habe dir warte ich habe dir deine freundin mitgebracht so nett bin ich so ein netter herrscher bin ich ich hab dir deine freundin mitgebracht dann habt ihr nicht so langweil dann anweilte ich euch nicht jetzt will ich mal gucken ich hab ihr beeren gegeben ich glaube das waren vier da also das muss ich mir mal merken ich glaube die essen das nicht jetzt seid ihr zu zweit jetzt könnt ihr euch dann gegenseitig dort erschlagen von mir aus nein ich habe euch nicht umsonst hier die schläft das ist gut wie lange wird es dauern bis die dann zu uns geht das ist das das ist hier die frage und was sagt ihr sie sagen nix aber ich nehme dich mal mit immer noch vier und die liegen immer noch flach ich kann natürlich euch auch quälen also das ist auch kein problem kann euch quälen ich kann so was heißt quälen ich kann ich kann hier zum entspann euch paar dinge hier bauen wird ihr entspannt da hängt ein bisschen rum mit ein bisschen mit angst angejagt mit kopf köpfchen und so weiter muss ja ein bisschen kopf arbeit machen also das kein problem oder ihr sagt ok hier wir gehören euch ne warte mal vielleicht sollte sie hingehen um sie zu überreden ein bisschen mit ihren äh mit ihren ähm es kommt location ein bisschen hier mit dem ähm schwert piksen geh mal da hin und überred sie mal wir haben jetzt wir haben jetzt äh zwei gefangene äh natürlich freiwillige eingeladene frauen und ja was soll ich damit machen die stehen da nur rum also was guckt ihr mich so an seid freiwillig hergekommen so so aber 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 ähm die frage ist also die frage ist was jetzt ich meine leute ähm wir haben die ja eingeladen ja also sozusagen aber was jetzt wir haben jetzt zwei zwei eingeladenen geste aber ich will dass die arbeiten also nicht nur rumstehen oder soll ich eigentlich um irgendwie gut bei denen da zu stehen alles hier denn geben was hier steht 7 mehl grillmeat mildgrillmeat karo da stehen nur favoriten korn potato berries also berries hat sie ja wenn dann mal mal anders warum fels du also hier hier personality gut natura ok like sell fish sell fish die liebt sell fish also ich muss mal ein paar fische fangen seltsich hat am oder unbekannt okay jobs wartet moment nervige typen hier sind meine gäste lasse in ruhe blöden nervigen arschgeigen so blöd was wollt ihr denn von mir was hast du oh ja ja noch ein level ab komm her du bleib einfach liegen noch zwei sinds ich werde mich noch mal verstärken und dann wechseln noch mal zwei punkte abgeben wie sieht es aus mit ja sieht gut aus ich wollte doch noch was lernen das hier plus 20 prozent das lange ich mal ich weiß nicht ob es hilft unseren gästen näher zu kommen aber oh nein 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 dafür brauche ich jetzt platz so und dafür auch jetzt wartet mal ich liege erstmal hier die sachen ab steine das hier erwartet das baut sich eigentlich ziemlich schnell zusammen man nehme sie wieder zurück und dann bauen sie sich wieder auf oder nach einer zeit baut sie sich wieder auf also jetzt ist die frage ich kann denn noch kein order geben gut gut auf jeden fall leute wir haben jetzt zwei leute hier wir haben gefangenen gemacht natürlich freiwillige wir wechseln mal dann nehme ich gleich mal zwei ok leute vielen dank fürs zuschauen ich hoffe es gefallen wenn ihr wisst was zu tun ist leute nächstes mal gehen wir ich glaube jagen allerdings will ich noch etwas ja darauf habe ich gehofft jetzt können wir darauf daraus vier sammeln machen also ich habe absichtlich das jetzt nicht gebrocht oder zu mehl gemacht wobei das können wir noch nicht vielleicht nächstes mal geht es um mehl und außerdem will ich noch einen käfig für die tiere bauen ja vielen dank fürs zuschauen ich hoffe es gefallen wenn ihr wisst was zu tun ist bis zum nächsten euro dann war noch ein fahrrad train ciao leute